Guten Morgen, guten Mittag an einem wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren, mein Name ist Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu Total War, Warhammer 3, unserem Displayprojekt. Wie wir heute aufgehört haben und ich habe keine Ahnung aufgehört haben. Werfen wir mal auf jeden Fall ein paar Gebäude ausbauen, das ist auf jeden Fall ein Programm. Und dann überlegen wir uns langsam den Rest. Das ist meine Armee? Es wird nicht effektiv sein. Der Drakon hat ein paar Probleme gehabt. Wir hatten ja unseren schönen Generalflohn, unseren Sumeng. Was Sumeng? Ich glaube ja. Und wir müssen uns verlegen, wie wir jetzt weiter vorankommen. So, ich glaube die Bastion minus 20% war halt, ne, Kogan Kriegerschaft wieder erledigt. Naja, Laura entdeckt. Und noch ein Laura. Ähm. Wir müssten halt diesen Schweißriss zumachen, ne. Wurde Verbesserung machen wir auf jeden Fall. Und wir haben den Zug. Im Entzug. Ähm. So, nehmen wir aber jetzt gleich so knapp hier. Mit den Seelen. Die müssen wir auf jeden Fall sammeln. Ich brauche ja nur eine Seele, um so gesehen Ur-Sur zu befallen. Schultern von Reiches Hexes. Okay. Abion steht bevor, Kontrollen minus 27, wartet Ende auf minus 21. So, den Rest werden wir mal schließen. Dankeschön. Das ist natürlich nicht so wunderschön, aber na gut. Es ist okay, es ist noch genehmigt. Dämonetten des Slanisch. Hier tanzen Fußsoldaten des Slanisch, die die Sinne betüren, bevor sie mit Messerschaffen klauen, fleisch zerfetzen und euphorisch das Geschenk des Schmerzes verteilen. So. Dann können wir nochmal los hier. Kurz, 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 ähm, die Armee aufstellen. Jetzt haben wir Magie, kanalisieren, wir haben einen kleinen Bus, äh, Bus von vier bekommen. Wunderschön, legen wir mit der Aufstellung los. Crossbowmen, die Burgenschützen in einer Linie voraus. Äh, warte, man kann es eigentlich so machen? Ja, man kann es eigentlich ziemlich gut machen. So. Langsperre. Helebatten. Unsere himmlische Drachenwache, die Dünen-Drachen. So weiter aus der äußeren Flanke her. Und unsere Kanonen werden wir dann ungefähr so aufstellen, dass wir eine richtig gute Blanker in die Hand machen könnten hier. Na, komm schon. Ja, super. So. Unschützig. Aufstellung sofort. Scheiße. Bleib präsent. Was ist? Was ist, was braucht ihr? Uh. Da drauffallen. Da drauffallen. Da drauffallen. Gut, sieht gut aus. Ähm. So, halt, dann müssen wir die Flanke absichern, das ist mit unserem Problem hier. Okay, wir haben noch mal die Reiter an der Außenflanke belassen und der Helebarden nach vorne stürmen lassen Nein, 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 bist du denn total bescheuert? Rat ab, du Komet von Kassandra Die Kometen Das ist schon gleich der Mittelpunkt Nichts, sondern das hier Schmuster kriegen Kommt schon, kommt schon, kommt schon Kommt schon weg da Wo ist mein Wachen, Wachen nach vorne Reiter flankieren Jetzt wird das hier Flankieren sich schön hinten Hart und dreckig drauf stehen wir Wunderschön Was ist das Klauen der Nacht? Da, ruf So Weiter voran hier, weiter voran hier Und rumgeschatten Perfekt, jetzt ich mich mal langsamer Perfekt Alles im Griff Perfekt, perfekt, perfekt Erledigt sie alle Ja, wunderschön Wunderschön Oh mein Gott Alter, das Spiel Das war knapp Wunderschön Ein entscheidender Sieg Das war es doch wert Das war Wow, das war sexy Das war Wow 54. Verluste Ich glaube, ich habe nur die Bauern hauptsächlich verloren Ja, und die eine Großkanone Leider Aber der Rest ist eigentlich nicht so krass angeschlagen Gott sei Dank Gott sei Dank, dass wir wirklich Eine gute Map hatten Bin ganz ehrlich Also das war Das war Das war top, du Das war top Das habe ich mir allein entdeckt, du Ähm Wir stärken die Armee Und Gehen erstmal zurück Armeengarnisonen Nicht bewegt Wir haben Eine volle Armee Ähm Ich würde mich eigentlich eher antrauen Darüber Das einzunehmen Geht ja nicht Das ist ja kein Ding ins Das da aber Ist auf jeden Fall Was Weißene Sonne Das machen wir auch Wir können ein paar Erweiterungen bauen Bessere Stange Bessere Stadt Warte mal hier Eine bessere Hauptgebäude Ähm Was über die Wunsch steht bevor Ja, aber was soll ich denn machen? Also Wurter zu einem frischen Kollege Was soll ich denn da machen? Da kann ich nicht viel machen Da muss ich irgendwas machen Aber ich habe keine Ahnung was ich machen soll Ich weiß auch nicht was er da wartet So Ja, komm, nee, komm Ne Wenn du mir eine Seele gibst Gerne Aber davor Nein Ja, komm Klar, offene Goldzahlen hier Goldlückchen Rebellion Ja Ich weiß, dass die Rebellion gerade ansteht Erforscht Wunderschön Noch eine Forschung Ähm Ich würde am liebsten Abkommen mit der Lechemisten Nein Mh Wir sind schwarz Jetzt müssen wir ins weiße rüber gehen Nackernangriff für Terrakotta-Wachen Plus 5 Ja, da würde ich nochmal sagen Ja Nämlich Und ähm Und ähm Wo unterzeichne ich Ähm P P P gut Gut Sie ist da Und du gehst da hin Und holst uns auf jeden Fall neue Städte Ähm Wir umkreisen mal Und dann warten wir ein bisschen ab. Gute Einstellung, Shao Ming. Die Blutkugler. Ach komm, ja. Also bitte, wenn du nicht möchtest, kann ich dich in den Boden rammen, ja. Ach, man sieht ja nicht, was ist das für eine Diplomatie von dem Herrn hier. Ich glaube, mein Ferkelchen schreibt gerade so. Messing-Thron, Fraktion vernichtet. Kugan-Hai. Ähm, Ming-Yu-Zi-Tor. Wolf-Gesund-Skriptet entfüllt. Mehr unter einer Siedlung mit niedriger Kontrolle verbracht. Plus drei Kontrolle, Lokal-Provinz. Plus eins Kontrolle, Lokal-Provinz. Ähm, Kurbelwagen der Snodlinge. Ich meine, theoretisch kann ich ja gewinnen, so ist es ja nicht, aber... Ne, wir reisen nicht weiter, bis wir uns angreifen. Wie sieht es aus, können wir uns unseren Helden wiederholen? Können wir. Ähm... Ja gut, ganz schnell rüberlaufen, ähm, Sauming. Warte mal, warte mal, warte mal. So, wir geben dir mal ein paar Truppen rüber. Und du holst dir da hier mal ein paar Truppen. Hm. Hol dir mal ein paar davon. Oh, seh ich das erst. Hm, das krieg ich ja nicht so hin. Ja, unten dann die Truppen nachholen, ne? Ja, genau. Das wird ein bisschen kompliziert gerade für mich. Ähm... Was muss ich das machen? Äh, okay, gut. Gut, überlegen. Ich verstehe, der im Brot und Matta ist zu gut. Kriegbar Tänny die Brutgirke für 2000... Nein. Das möchte kein Mensch gerade. Reichtungs und Prinzen betreten, Pogmacher des Mörpers. So, vernichtet. Eine Rebellion. Äh, ja. So, da ist Sauming. Sauming geht doch mal alles in den Soldaten zurück. Weil Sauming ist ein netter Mensch. Ach Gott, ja, weil sie die Dings holt. Ja. Warte mal, halt. Ebenmal nur noch. So. Vielen Dank. Und wir holen... Und... Krass. Am liebsten noch, aber es wird zu lange dauern, so gesehen. Was sieht jetzt hier aus? Zwei Runden halt, ne? Machen wir mal so weg. Und zwei Stück dann da holen. Dann kann ich nochmal normal... ein Privilege. Cathay hat keine Wästere. Ich erwarte Loyalität, Efficienz und Harmonie. Wunderschön. So, Yishi Juwen, du kannst hochleveln. Du bist der Magistrat, glaube ich, oder? Wo bist du denn? Das ist der Magistrat. Alchemie. Äh, Alchemie. Mist. Gut. So. Ausbauen, auch ausbauen. Wir haben noch genug Knete. Gott sei Dank. Und die Rebellion kam erst mal kreuzweise. Gut. Da oben sind wir auch noch am Ballagern. Ich würde langsam mal einen Durchbruch wagen. Aber weil wir die Stärke haben gerade. Wackelzahn. Wackelzahn wäre nicht schlecht eigentlich. Ja, Wackelzahn, nehmen wir mal die des Bündnisses an. Ja, fähig, es geht mal die Sch... Ach, du heilige Schnitzel. Okay, das ist ein Problem. Ach, meine Stadt, die an die Griffen würde doch suchen. Cathay Eterno, we shall prevail! Die Haare gibt mir... Okay. Obstvergiften. So, Faktion vernichtet, Faktion vernichtet, Großbastion, Siedlung niedergerissen, Rebellion steht bevor, Teammeister. Was heißt Dämonen, ey? Gut, so, und du süße Frau hier, wirst mir mal bitte alle Soldaten rübergeben. Okay, ein wenig... Okay, ein wenig... Da sieht's gut aus, da sieht's auch noch gut aus. Mein Domain, mein... Mingyu Z2, Dragonblood Shogun Gun, ähm, mhm, Ardentrieger. So, du musst ja eh noch warten, so weit ich bist, süße Frau. Ähm, und hier werden wir mal ganz in Ruhe die Truppen ausbauen. Ja, Rebellion steht bevor, äh... Ähm... Nein Na gut Na gut Militärischer Zugang ist ja auch okay Dämonen aber auch gerade Können wir alle kreuzweise Wer hat eine Seele? Okay Orthodoxy hat eine Seele Ja er regt eine Seele Okay gut Wir sind auf Yang jetzt ausgelegt Perfetto Jetzt wieder auf Ying Was hätte ich auf jeden Fall Machen könnte So guter Mensch vom Dienst Wie gesagt Goldstand zu verledigen ist halt gerade mal jetzt meine Hauptaufgabe Weil sonst könnten wir die rechte südliche Flanke sehr schnell vergessen Machen wir Ohrgen Dienst nehmen Rang bei Rekrutier Auch wenn sie an Minerien furchtbar sind Können wir von diesen Leitkreisten Schlägen noch viel lernen Er wird uns einiges kosten Um seine Dienste dauert zu sichern Aber unsere Rang bei Rekrutier Aller Armeen Plus 30 Äh plus 1 Das war eine Runde Ja komm So Die Fraktion nochmal vernichtet nochmal vernichtet Ach Feier Am Meadow Könnten wir doch Heute mal Auf dem Bökelchen runterrutschen Ähm Goldstand ist auch da drüben vertreten Sehe ich Das ist meine Armee Und wir sind da oben Dass wir uns noch einnehmen Haben wir schon mal Alles vom Goldstand weggenommen Zumindest in der westlichen Seite Ach komm Wir wagen es So Wir haben hier von der Zweig Terracotta Wachen Wir haben drei Lafetten Also Naja Da kann nichts schief gehen Da kann eigentlich gar nichts schief gehen Aber ich sage muss ja viele Nachkämpfe Ich habe kaum irgendwie Fernkämpfe Okay gut Die Lafetten halt Aber Das ist so ein Ding halt gerade Okay Ich vergesse Sie können noch was großes beschwungen Rocket Batterie Ey das muss ich mich nicht verarschen Hier Ihr beide hier ne Kommt mal schön nach vorne Oh mein Gott Oh mein Gott So schief gehen Wir schicken zu einer erst Unsere Die Lafetten schießen schon mal Oh mein Gott Ich kann doch gar das Kriegsverbrechen durchgehen Das können doch gar das Kriegsverbrechen durchgehen Ist das eigentlich in Warhammer Ja Ja Habe ich sie alle gebrochen Gut ich muss mal sagen Ähm Warum habe ich das Gefühl Dass es kein Held ist Ich habe eigentlich alles aber ich habe keine Fähigkeiten Warum Jetzt kommt noch mal endlich hier Oh mein Gott Ab hier Ich werde vorspulen Perfekt Das will ich wirklich nie tun Na komm 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 Ordentlich auswelfen Hier räumt Oh Das ist gut Scheiße Ach Da macht der Die Kopter auf jeden Fall Da hinten Und man die Punkte Das ist ein ganz schönes Problem für euch So Haben wir sie erledigt Ist noch ein Ist noch zwei Wagen Drei Wagen übrig Gut so Die halten wir sonst auch Was Rückzug Sind wir uns die gleiche hier schief So waltig Wir haben uns die glücklich Vom Was Was Ist noch nicht Oder Was Ist noch nie Es ist noch so Wagen Das ist noch Was Die Wagen Schrauben Die Wagen Fortsch Hagen das war eine schlacht das war ein guter sieg wir haben nur 325 soldaten verloren 1440 über eine zahl das solide beißende sonne hat hat war voller hat hat voller zähne guter name bei der ewigen flammen wir haben alles bestimmen das ausruhen wir brauchen erst einmal automatisch und hier könnten wir nur noch mal kurz sie lienz war der magistrat noch ein magistrat würde ich meinen gerät angriff bauen wir noch mehr hier bauen Kiss es. Nein. Kiss es, Goldzahn. Dieser Vertrag wird nicht funktionieren. Ja? Du kleine Schweinebacke, du. Oh. Darf ich überraschend sehen, wie wir die Konfrontation gegründet haben? Du wirst auf jeden Fall Stellung nicht noch Marsch. Du bleibst mal da, wo du bist. So, dich kann man losschicken. Waren wir auch am besten? Feier am Metal. Halt. Das schließen. Die Schacht machen wir noch und haben wir Feuer am Bad. Sehr schnell. Sehr schnell, das schlachten wir am meisten. Wir haben ja so gut wie... eine gute Menge Truppen. Barbarendes Slanish. Bunfet. Bunpet. Bunfet. Jetzt. 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 Ja, herrlich. Problem ist aber, ich muss danach zurückziehen, weil halt die Korruption durch die Chaosgötter verursacht halt Schaden an unseren Truppen. Deswegen sind sie auch gerade angeschlagen. Bisschen weniger. Minus vier. Ich bin enttäuscht. Aber nicht krass abgeregt. Alles gut. So. 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 Wo die auch immer gerade ein bisschen schief steht. Wunderschön. Perfekt. Und Sao Ming hier in der Mitte. Ich würde sagen, 1, 2, 3. Oshii, let's go. Ahnenkrieger. So. Ich ruhe mal ein bisschen Vorrücken hier. So. Ich sehe, die wollen mich flankieren. Also ich muss Einheit nach rechts abschicken. So wie ganz leicht. Nach links. So. Sao Ming. Wache erwache. Oh, was hat der? Perfekt. Perfekt. Wunderschön. Sperrkavallerie macht auf jeden Fall gerade ein bisschen Druck auf die Arschbacken. Ja. Wir haben das Radau hier. Wo gehst du hin? Das ist doch egal. Der Flugsperr. Ne. Einmal Feuerspreis. So. Das war super. Das war immer schön. Das war 36 Verluste, Leute. Also. Und jetzt sind wir mehr gehabt als vier. Das war gut. Das ist mir gefallen. Das war sexy. Mit dem Gän mehr von. Aber mehr gibt es nicht. Mehr gibt es beim nächsten Mal. Nächste Woche wieder. Bis dann. Habt einen wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Und ich catche euch am nächsten Rund im Kriege. Um die Seelen der rausprinzen. Also. Tschöle mit Öle. Bye bye.